Guten Morgen! Ja, wo ist denn die kleine süße Prinzessin Mausi? Die schläft so lange wie noch nie hier in dem Bus, das ist unglaublich! So viel frische Luft, so viel draußen, gell? Bist du glücklich? Bist du glücklich? Die Sonne scheint, ich freue mich total. Jetzt gehe ich gleich an den Strand meditieren und frühstücken und mit der Mausi ein bisschen spazieren. Und dann geht es los nach Grespronn. Ich suche ein schönes Plätzchen dann zum Fotografieren für die Homepage. Und ich habe gerade jetzt auch nochmal so festgestellt, also ich mag so Schubladendenken überhaupt nicht. Ich mache es zwar manchmal auch noch, gebe ich ganz offen zu. Ich meine jetzt auch Schubladen mit mir selber, also dass ich mich so gerne, nicht oder nicht so gerne in Schubladen stecke. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, du lebst jetzt in einem Bulli, also du bist jetzt so voll der Öko oder voll der Hippie. Und dann sage ich, ja, manchmal. Wenn ich dann vielleicht doch mal zum Friseur gehen, zur Kosmetikerin mich verwöhnen lasse, dann bin ich an dem Tag vielleicht auch mal gerne Tussi. Also ich meine das jetzt nicht abwertend. Oder wenn ich mal einen Tag Lust habe, im Gammellook rumzulaufen und ungestylt, dann heißt das nicht, dass ich prinzipiell immer so rumlaufen muss. Also ich mag mich trotzdem auch manchmal schick machen und ich mag mich auch trotzdem manchmal schminken. Und ja, ich mag das generell nicht. Also wir können doch alles sein. Wir können doch im Bulli leben und total die Öko sein und irgendwie so ein bisschen Hippie-Style leben. Und trotzdem, ja, ab und zu mal auch Luxus genießen. Also ich liese das gar nicht aus, ja. Also ich möchte nicht, dass da irgendwie jetzt Missverständnisse aufkommen oder auch, weil ich jetzt minimalistisch lebe. Also ich möchte trotzdem Luxus. Ich kann ja auch Luxus hier im Bulli haben, meinen ganz eigenen, persönlichen Luxus, ja. Ja, das wollte ich jetzt nur noch mal sagen, weil nicht, dass dann da irgendwann mal was kommt so, ah, und du machst einen auf Bulli und Hippie und dann schminkst du dich oder dies und das oder, ja, keine Ahnung. Also ich bin also wirklich ein Widerspruch in Person und deswegen, ja, werdet ihr das ganz oft wahrscheinlich bei mir erleben, dass ich heute so bin und morgen so. Also ich meine, mein Grund, Herz und Seele bleibt immer die gleiche, aber das kann durchaus auch mal sein, dass ich auf einmal, ja, aufgestylt rumlaufe und am nächsten Tag wieder Gammellook und, also ich möchte mich da nicht in irgendeine Kategorie jetzt schieben oder das, ich mochte das auch noch nie. Ähm, ja, weil ich jetzt eine Öko-Tante bin und nur Bio esse und vegan heißt das, dass ich jetzt auch nur noch Schlabberhosen anziehen muss und Sandalen, also, nee. So, und genau deswegen, ähm, warum bin ich da drauf gekommen? Weil ich nämlich tatsächlich vergessen habe, einen Spiegel mitzunehmen und dann immer nur in diesem Campingbad hier, was übrigens echt ganz angenehm war, sehe, wie ich aussehe und ab und zu mal möchte ich das schon, ja. Also, das ist auch immer nicht schlimm, wenn man sich nicht die ganze Zeit sieht, aber das ist jetzt nicht so. Aber ich merke, heute habe ich mal Bock wieder, mich ein bisschen hier so zurecht zu machen und benutze dazu das iPhone, die Kamera. Und das ist so lustig, weil das ist ja spiegelverkehrt. Das macht total Bock, das müsst ihr mal ausprobieren. Ähm, da merkt man so richtig, wie die zwei Gehirnhälften dann irgendwie arbeiten, so, äh, 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 Moment mal, Verbindung. Und, genau, deswegen benutze ich jetzt einfach hier das. Das wollte ich nochmal sagen. Ähm, ich mache mich jetzt ein bisschen hübsch und, ähm, dann gehe ich an den Strand und dann geht's los. Da habe ich auch einiges verstaut. Das ist schon ganz schlau hier, ne? Also, hier habe ich zum Beispiel mein Sofortrad und hier habe ich... Guten Morgen. Oh ne, jetzt nervt wieder der Manni. Und hier habe ich Handtücher. Und hier habe ich meine Klamotten. Den Manni, den ich euch am Anfang vorgestellt habe, der nervt mich seitdem die ganze Zeit voll krass. Ähm, der steht hier echt irgendwie alle halbe Stunden vor meinem Wohnwagen und will mich zuquatschen. Jetzt läuft er tatsächlich um meinen Wohnwagen rum und guckt hier gerade in die Fenster rein. Ich fass es nicht. Hallo, wach! Ich habe keine Zeit, Manni. Tut mir leid. Das ist unglaublich. Da läuft die echt um meinen Wohnwagen rum und guckt in die Fenster rein. Habt ihr das gerade gehört? Es ist auch ungewöhnlich zu campen. Bedeutet für viele eben Urlaub machen. Aber wenn ich dann irgendwie den Leuten gesagt habe, du, hm, ich habe jetzt aber keine Zeit, jetzt noch drei Stunden weiter zu reden. Ich habe jetzt gleich einen Skype-Termin oder ich muss weiter arbeiten oder so. Also, ähm, und dieser Manni, echt, der ist mir jetzt so auf den Senkel dann zum Schluss gegangen, dass ich den gestern echt weggeschickt habe. Ich habe ihm gesagt, du, du fragst hier den ganzen Campingplatz nach mir ab, machst alle Leute kirre und fragst nach mir, hör auf damit, ja. Ja, aber ich wollte wissen, wo du bist. Ich habe dich schon vermisst und habe gesagt, ja, dann vermiss mich weiter, aber ich bin nicht die ganze Zeit für dich erreichbar, ja. Und, ähm, ich bin hier nicht nur zum Urlaub und außerdem, ähm, also rückst du mir zu nah auf die Pelle. Ich habe dem das echt gesagt und habe gesagt, ich bitte dich jetzt auch zu gehen. Da stand ich dann die ganze Zeit hier vor meinem Bodenwagen, ich so, ich will jetzt in Ruhe frühstücken, kannst du bitte mal tuk-tuk-tuk-tuk, ja. Also manchmal muss man dann auch wirklich, äh, um sich da selber zu schützen, nicht immer brav sein und nachgeben und, ja, ich war ein alter Opa und der hat Langeweile und so. Nee, also, äh, da sind wir wieder beim Thema Freiheit, ja, weil das ist ja echt ein extremes Thema in meinem Leben, merke ich, auch so diese Autonomie. Und wenn mir jemand mich zu sehr einengt und dann so fordernd ist, da mache ich voll dicht, da mache ich komplett dicht. Also, ich war zwar nett, aber sehr bestimmt. Aber sehr bestimmt. Aber trotzdem nett. Aber sehr bestimmt. Ja, so ist das. Man muss sich abgrenzen und sich nicht hier für die Vampire irgendwie den Hals hinhalten, sagen, ja, komm hier, saug weiter, weil, ähm, nee, das läuft nicht. Also, dann lieber was sagen, anstatt die ganze Zeit dann innerlich meckern, ähm, genau, naja, okay, also Frühstück. Träume nicht dein Leben. Träume nicht dein Leben. Das ist, ähm, ich glaube, Dr. Grandel oder so heißt das. Voll teuer. Aber ich möchte da einfach auch freier sein und egal wo ich bin, ähm, wenn das heißt, ja, das Wasser ist okay aus den Leitungen, dass ich das einfach trinken kann, selber filtern kann, weil ständig diese Flaschen. Nun, jetzt, ähm, gab es auch nur ein bestimmtes Wasser in Plastik und, ähm, das mag ich eigentlich nicht so. Ich hatte da die ganze Zeit das St. Leone hat's Wasser, das ist echt super, das sind Glasflaschen, das ist ein richtig gutes Wasser. Nur immer mit den Glasflaschen dann hier im, im Bus, das ist so sperrig und, ähm, ja, immer so ein Act. Deswegen, ähm, suche ich da einfach nach einem Wasserfilter, wenn ihr da irgendwelche Tipps habt für mich und Erfahrungen, dann freue ich mich auf jeden Fall über Feedback von euch. Das sieht nicht so lecker aus, aber das schmeckt lecker. 2 Esslöffel Chiasamen, 1 Esslöffel Hanfpulver, 1 Esslöffel, manchmal auch 2 Mandelmus. Ich rühre das dann zu einer Pampe an, zu einem Brei an mit Wasser, je nachdem nach Konsistenz, mehr oder weniger Wasser, wie man das mag. Die Chiasamen, die saugen aber schon immer nach und nach immer mehr Wasser. Und manchmal mache ich auch ein bisschen Sojajoghurt rein. Ich versuche auf Soja und Tofe zu verzichten, aber manchmal brauche ich einfach noch diesen Joghurt-Geschmack. Wenn der Brei gut ist, dann kommen verschiedene Früchte rein, wie Bananen, Datteln, Melonen jetzt. Aber ich mag auch total gerne Beeren, alle möglichen Beeren. Musik 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 Ich genieße die letzten paar Minuten hier am Strand, am Bodensee in Cresbronn, auf dem Campingplatz Iris Wiese und es ist so ungefähr elf Uhr und der Strand ist so leer. Es ist gerade echt ganz wunderbar. Ich bin gerade so glücklich, ich bin sowieso immer total glücklich, wenn ich Wasser sehe, wenn ich am Wasser sitze, Wasser sehe, rieche, höre. Also ich glaube, das geht vielen so, aber das ist wirklich, ja, das begleitet mich so mein ganzes Leben. Meine letzte Wohnung war ja auch direkt vor allem See. Das war mir ganz wichtig, dass ich einen Balkon habe mit Blick auf irgendein Gewässer, weil mich das beruhigt. Und das ist irgendwie, das ist echt mein Element. Ich fühle mich da wohl und auch im Wasser. Das ist so lustig, hier liegt alles voll mit Holz. Und das hat mir jemand erklärt, das wird tatsächlich angeschwemmt von der anderen Seite vom Gebirge. Und ich wusste auch gar nicht, dass der Bodensee ursprünglich ein Gletschergewässer war, was vor, keine Ahnung wie viele Jahren, ja, entstanden ist, weil dann Gletschereis geschmolzen ist. Und das ist hier, der Bodensee ist wie so ein Tal zwischen Bergen der Schweiz, Österreich und Deutschland. Und, oh, die Wellen sind ganz laut jetzt. Und dadurch ist der Bodensee entstanden. Das ist auch ein ganz klares Wasser, wirklich. Das ist so sauber hier. Das Einzeste ist, also es ist ja alles mit diesen Steinen, ne. Ähm, so. Also auf der deutschen Seite, habe ich gehört, gibt es eben nur Steine. Ich glaube, auf irgendeiner anderen Seite gibt es auch Sand. Ja, man braucht halt wirklich einfach so Schuhe. Ich habe die mir dann hier im Shop auch gekauft. Ich habe es auch mal ohne probiert und dachte, ja, gesund Fußreflexionsmassage, aber es tut echt krass weh. Und dann stolpert man rum im Wasser. Deswegen, ja, gibt es so süße Badeschüchen, die so ganz zu sind einfach, dass man hier rumlaufen kann und dann auch damit wirklich ins Wasser geht und damit schwimmt. Ja, also die letzten Minuten hier am Bodensee laufen ab. Ein bisschen Wehmut, aber ich weiß, die Welt wartet auf mich. Und es war eine wunderschöne Zeit und Erfahrung hier. Und ja, der Tag ist ja noch nicht vorbei. Ich bin ja jetzt hier noch ein bisschen unterwegs und möchte schöne Fotos schießen und zu einem Bioladen. Und dann geht es zurück, erst mal nach Maintal wieder, weil ich tatsächlich dann nur noch morgen Freitag und Samstag Zeit habe, um den Rest der Wohnung aufzulösen. Es gibt schon ganz viele Möbelabholer, es gibt ganz viele Termine und der Vermieter will noch vorbeikommen mit Wohnungsbesichtigungen und Freundinnen kommen, helfen, aber auch Sachen abholen. Also ich denke, die nächsten zwei Tage, die werden nochmal tough. Aber dann habe ich es endlich bald geschafft. Ich bin so froh, wenn ich das hinter mir habe. Und dann gibt es tatsächlich kein Zurück mehr in diese Wohnung. Jetzt fühlt sich das gerade noch an wie Urlaub, aber ja, ich glaube, dann wird es mir erst so richtig bewusst, dass ich tatsächlich jetzt dann in diesem Bulli lebe. Ich freue mich drauf, aber ich bin auch teilweise ein bisschen gespannt, wie das auch alles so wird. Das Leben ist toll und ich lasse mich einfach weiterleiten und konzentriere mich weiter auf meinen Seelenplan, nämlich Frieden, Freiheit und Wahrheit. Und den Menschen mitteilen oder Zugang dazu verschaffen und mich vor allem weiterhin für den Frieden einsetzen, was ich ja sehr aktiv betreibe in der buddhistischen Gemeinde. Und dass es nicht nur um mich geht, um meine Entwicklung, dass es mir gut geht, sondern einfach gerade auch jetzt, ich meine, ich mache das jetzt schon seit sechs, sieben Jahren, aber gerade jetzt ist es wichtiger denn je, dass wir nicht nur auf unsere eigene Entwicklung achten, sondern wirklich das immer mit dem Hintergedanken machen, okay, ich mache das für mich, aber ich mache das auch für die Welt, weil wenn ich mich verändere, dann verändert sich auch die Welt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir Frieden in unserem Herzen schließen, weil letztendlich ist ja das, was in der Welt passiert, das ist ja tatsächlich ein Spiegelbild von unserer Gesellschaft und dazu zählen wir alle. Deswegen arbeite ich auch immer wieder an mir und möchte auf gar keinen Fall, dass das Ganze, was ich jetzt hier vorhabe, zu einem Ego-Trip wird. Ja, so schaut's aus. Ich genieße noch ein bisschen die Wellen und dann geht's los. Welt, ich komme! Welt, ich wünsche! Welt, ich wünsche dir! acles-läge. Vertraue, es geließe! Ich wünsche Ihnen, euch! Ich wünsche dir! Ich wünscheiesz,?' Wir wünsche dir! Jupiter, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Eweln lead, die números zur Seite.